Willkommen auf Level 26 Dark Origins, der erste digitale Roman. Der Erfinder von CSI, Anthony E. Zyker, hat den Kriminalroman neu erfunden. Ungefähr alle 20 Seiten gibt es eine Cyberbridge. Dort führt ein dreiminütiger Film die Geschichte weiter. Dadurch enthält jedes Buch einen kompletten Spielfilm. Level 26 Dark Origins, Angst, auf ein ganzes Mal wieder.